www.gonadou.com www.gonadou.com Die Plattform für Freizeitaktivisten Am 3. März 2012 ist es wieder soweit. Berner Fotofreunde treffen sich am 12. Mittag auf der grossen Schanze zum Valiant Fotomarathon. Du bekommst dir 12 Themen, die du innerhalb von 12 Stunden in 12 Fotos umsetzen kannst. Anschliessend ladest du deine Fotos auf www.gonadou.com und dort findet während 10 Tagen ein Online-Voting statt, die man für die schönsten Fotos abstimmen kann. Ich mache mit, weil es für mich eine Herausforderung ist, zu fortgebenden Themen Fotos schiessen. Ich mache mit, weil den Leuten ausser gern Bern aus meiner Perspektive zeigen will. Weil es einen neuen Ansporn gibt, die Fotografie auf eine andere Art zu entdecken. Ich mache mit, weil es eine gute Möglichkeit ist, Bern von einer anderen Seite kennenzulernen. Die Teilnahmegebühr wird von der Valiant Bank offeriert und alle können daher gratis im Fotomarathon mitmachen. Die ersten 50 Anmeldungen bekommen zudem ein Geschenkpaket mit Taschen, Kappen und weiteren Überraschungen. Und zudem profitieren alle Teilnehmer von einer Bernmobil-Tackenskarte, damit sie sich mit Bus und Tram in der Stadt bewegen können. Die Sieger vom Online-Voting gewinnen alle ein Valiant-Konto mit einem Toto von 1700 Schweizer Franken drauf. Zudem gewinnt auch jemand, der hilft wollten, ein Valiant-Konto mit 100 Franken drauf. Es wird sicher ein unvergesslicher Event und es lohnt sich mitzumachen. Es wird sicher sein, dass sie sich mitzumachen. Vielen Dank.